Es ist soweit, wir haben alle drauf gewartet. Die Meso Barbaros Kolonie ist da. Unboxing mit euch und eine Anleitung, wie man sowas startet, haben sich viele gewünscht. Ihr seht hier jetzt die Verpackung. Ich habe nochmal eine extra Formicarium bestellt. Links, da mache ich ein extra Unboxing. Hier seht ihr schon mal die Ameisen. So sieht es aus. Schön verpackt mit eben diesen Luftpolsterungen. Dann oben zwei Nester drin, eine Arena und entsprechend Material. Wir gucken uns das alles gleich im Detail an. Ich erkläre euch auch dann gleich, wie man das zusammensetzt, wofür was ist, damit ihr versteht, wie man so ein Ameisen-Hobby startet. Hier eine Anleitung auch dabei. Super gut gemacht, mit Bildern. Sehr einfach erklärt. Wir haben Bodengrund. Wir haben hier den Deckel. Wir haben rote Folie. Die Ameisen sind dabei. Natürlich auch Gummibärchen, was beim Endstore ganz nett ist. Dann haben sie hier die blaue Tüte und Cricket Jam als Futter. Bin mal gespannt, wie das meinen Ameisen schmeckt. Ich hatte noch ein bisschen was dazu bestellt. In der anderen Box rechts seht ihr einen Extrakarton. Dann seht ihr hier schon die Ameisen. Die sind zum Glück alle gut angekommen. Schöne Königin, kleine Kolonie. Dann sehen wir jetzt hier ein bisschen Futter ist dabei. Es ist eine körnersammelnde Ameise. Und was ganz cool ist, die haben so Gitter jetzt dabei bei diesem Endcube. Das heißt, ich muss nicht so viel Paraffinöl nehmen. Paraffinöl ist aber auch dabei zum Schutz. Und wir legen gleich los mit dem Zusammenbauen. Ja, das wird jetzt richtig cool. Ich freue mich so richtig drauf. Das ist einfach eine Kolonie, auf die ich mich schon sehr lange freue. Und ihr seht mich jetzt hier. Es ist im Büro super heiß. Also bitte entschuldigt, wie wir den Bodengrund jetzt erstmal reinmachen. Tüte erstmal aufbekommen und dann erstmal ab damit. Das Problem ist, man sollte nicht zu viel Bodengrund machen. Also erst lieber ein bisschen weniger am Anfang. Dann ein bisschen platt drücken und dann später ein bisschen nachschütten. Also zu viel Bodengrund ist gar nicht gut, weil sonst fangen die an da drin zu graben. Das wollen wir nicht. Dann seht ihr, ich habe hier so eine Apple AirPod Box, mit der ich das platt drücke. Die vom Endstore haben ein bisschen professionelleres Material. Ich mache es halt mit meiner Apple Verpackung und ich ziehe das so ein bisschen glatt. Und genau, ich werde gleich noch ein bisschen nachschütten, damit es ein bisschen mehr wird. Aber so viel mehr soll es dann auch gar nicht sein. Ihr seht auch gleich, ich mache eine schöne Sauerei hier mit der Erde. Genau, ein bisschen was kommt noch danach. Und jetzt sind wir gleich so weit, dass wir das voll zusammenbauen. Wie gesagt, dieses Video geht ein bisschen länger. Ihr kriegt wirklich alles genau mit, wie das funktioniert. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht noch 10 Minuten angucken, wie ich das platt drücke. Aber hier, mein Kameramann fand es total spannend und wollte, dass es schön aussieht. So, was als nächstes kommt, sind die Verbinder. Hier kommt nachher der Schlauch ran. So wird es ran gemacht, wird zusammengedreht. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Schön festziehen. Ganz wichtig, nicht zu lose. Irgendwann lockert es sich und ihr wollt die Arena vielleicht auch mal bewegen. Dann muss ich bei diesem speziellen Konzept, weil ich jetzt zwei Nester habe, ein Stück vom Schlauch abschneiden, mit dem ich später die Nester verbinde. Seht ihr dann auch gleich. Und jetzt, genau, den Schlauch, den stecken wir jetzt schon mal vorne an. Und hier haben wir so eine Spannklemme hier vorne. Und das geht dann rein und dann drehen wir das einfach zu. Natürlich fällt der Schlauch runter. Das ist hochprofessionell natürlich wieder hier. Ja, genau. Seht ihr mal ein bisschen, wie ich das anziehe. Okay, auch da einfach sauber, ordentlich arbeiten. Macht total Spaß. Also ich kann nicht sagen, das ist wie Weihnachten, wenn ihr so ein Ameisenformicarium kriegt. Das ist einfach schön, das zusammenzubauen. Nehmt euch da einfach schön Zeit. Kein Stress. Die Ameisen habe ich so lange übrigens in eine Schublade gelegt. Im Dunkeln, damit die keinen Stress haben. Damit ich auch wirklich Zeit und Ruhe habe, das zu machen. Jetzt kommt dieses Gitternetz hier hinten hin. Da machen wir schön zu. Dass die Ameisen nicht raus können. Aber dass auch ein bisschen Luftzug drin ist. Auch ganz schön gemacht. Und dann dieses ganz kleine Gitternestchen kommt hier hinten drauf. Ja, das werden wir nachher nutzen, um von dort aus dann Wasser ins Nest reinzutropfen. Also wenn die Ameisen mal drin sind. Jetzt machen wir dieses Stück Schlauch. Nehmen wir jetzt und verbinden die beiden Nester. Also wird mega cool. Die Kolonie kann also richtig, richtig, richtig groß werden. Mit zwei Nestern. Also da habe ich was vor. Aber das könnte auf jeden Fall eine coole Story werden. Ihr werdet jetzt jeden Tag sowieso Updates kriegen zur Kolonie. Was macht die? Wie entwickelt sich die? Und so weiter. Jetzt verbinde ich das letzte Endstück vom Schlauch noch. Und klar ist, die Kolonie wird noch nicht dort auf diesem Esstisch stehen. Die werde ich nachher noch umziehen. Zu Glück habe ich jemanden, der mir hilft beim Tragen. Jetzt kommt das Feuchtigkeitsmessgerät. Und das ist wichtig, dass ihr das nicht so weit vorne hinklebt. Weil ihr müsst es ja auch zumachen können. Und zwar so genau. Einfach schön hinkleben. Und zwar ein bisschen weiter hinten mit ein bisschen Abstand. Und schön mittig. Genau. Die super sauberen können das mit einem Zentimeter, also mit einem Lineal machen. Ich mache es nach Gefühl. Aber passt so weit. Ihr könnt es dann nicht mehr verschieben. Deshalb wichtig. Das ist auch so, dass man das von vorne so sehen muss. Damit ihr immer seht, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur in der Arena. Ja, genau. Jetzt kommt der spannende Punkt. Das Thema Paraffinöl. Ich nutze Paraffinöl vor allem jetzt hier an diesem Randbereich. Das Coole ist, ich habe ja diese großen Gitter, wie ihr seht hinten seht. Das heißt, ich muss nicht so viel Paraffinöl nehmen später für den Rand. Nur, wie schon gesagt, wichtig ist Paraffinöl als Ausbruchsschutz. Hier so schön verstreichen mit dem Schwämmchen, das dabei ist. Es ist alles dabei. Ihr habt keinen Stress. Irgendwie, ihr müsst noch irgendwas holen. Das ist alles quasi im Set, im Lieferumfang mit dabei. Was ich sehr, sehr praktisch finde. Kann man immer wieder brauchen. Und dann setzt ihr das sehr, sehr sauber an die Kante hin. So, dass es dann vorne ist. Und das sieht auch mega cool aus. Also ich finde, das macht es total edel. Gerade mit dem Glas. Und jetzt setze ich hier noch diese Netze ein, wie ihr seht. Ja, so funktioniert es. Klack, Netz einsetzen. Und damit, da können die nicht durch. Aber sie kriegen Luft. Und das ist das, wo viele immer Angst haben, Ausbruchsschutz und so. Also braucht ihr keine Sorgen haben. Das passt soweit. Und sieht tippitoppi aus. Also, dann machen wir gleich mal weiter. Jetzt bereite ich die Tränken vor. Und ein bisschen Futter. Kann man alles schon reinstellen. Damit die Ameisen auch was haben. Genau, so kann man das dann zusammenbauen. Ich habe ja schon ein paar Videos gemacht, wie man so Tränken nutzt. Ich finde die großen Wassertränken besser. Werde ich mir wahrscheinlich für diese Kolonie noch eine besorgen. Und es gibt auch eine wirklich große Futterlieferung mit dabei. Hier für diese Kolonie. Also, richtig cool. Das reicht auch eine ganze Weile. Also, ich gehe davon aus, dass ich da mehrere Wochen meine Ruhe habe. Und ihr seht, hier packe ich das alles ein bisschen zusammen. Stelle ich gleich in die Arena rein. Und dann ist auch gut. So, jetzt hoffe ich, dass da gleich der Schnitt kommt. Dass ich direkt weitermachen kann. Jetzt bin ich wieder am rumtesten. Und bin mir nicht so sicher, weil das eine Teil habe ich ja eigentlich extra bestellt. So, jetzt mache ich folgendes. Jetzt nehme ich hier diese Körner und haue sie hier oben rein. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob das so Sinn macht. Keine Ahnung. Und hier habe ich auch ein bisschen Wasser rein. Ich weiß nicht, ob das auch so sinnvoll war. Genau. Lasst uns direkt weiter gucken. Jetzt stelle ich die ganzen Tränken und das Futter und so weiter rein. Ich weiß jetzt aus Erfahrung, jetzt im Nachgang, die Ameisen lieben das so. Also, das ist jetzt richtig was los. Die Ameisen holen sich die Körner und bedienen sich und scheinen sich auch mega wohl in ihrem neuen Zuhause zu fühlen. Das werdet ihr auch gleich sehen. So, weiter, weiter, weiter. Jetzt seht ihr, ich habe die Ameisen jetzt auch reingelegt. Wir sind noch auf dem Esstisch. Die werden jetzt gleich umgezogen. Und ihr werdet auch gleich sehen, mein Bruder hat ja mit dem 3D-Drucker mir so ein Endcover gedruckt. Damit werden die Ameisen gleich Dunkelheit bekommen, damit sie weniger Stress haben. Das ist mir sehr wichtig, wenn ihr Ameisen einsetzt. Ja, könnt ihr direkt machen. Aber achtet darauf, dass die dann auf jeden Fall die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und die Dunkelheit und eben, ja, stressfrei sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Und jetzt habe ich sogar noch ein bisschen mehr Futter reingehauen. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Schreibt mal Messorexperten, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, denen gleich so viel Futter zu geben. Ihr seht, wir sind auch schon in dem neuen Raum. Das ist der Endroom in meinem Büro. Da habe ich extra ein Ameisenzimmer eingerichtet. Und jetzt hier kommt jetzt diese Endcover drüber. Dann noch ein kleiner Trick für alle, die die Folie irgendwie nicht draufkleben wollen. Das ist was, das habe ich mir bei meiner Kolonie daheim angewöhnt. Und zwar mache ich einen kleinen Trick. Ich klebe die Folie nicht auf das Nest drauf, sondern ich mache die seitlich fest mit Klebeband. Und dann mache ich das quasi so an das Nest ran. Genau. Und ich klebe das sozusagen so ran an das Nest. Ich muss noch die gelben Sachen wegmachen hier oben, damit man es öffnen kann. Aber so ist das Prinzip. Ich klebe es dann auch noch unten fest. So könnt ihr die Folie jederzeit wegmachen. Und genau, ist stressfrei und es verklebt nichts. Und das Glas irgendwie wird auch nicht dreckig. Und genau, so mache ich das so ran. Und dann haben die Ameisen genug Dunkelheit und können gleichzeitig, ihr könnt gleichzeitig immer mal wieder komplett reinschauen. Und so sieht es jetzt aus. Die Kolonie fühlt sich mega wohl, trägt schon Sachen ein. Und so sieht das Ganze aus. Voll schön die Majore. Ich bin mega, mega happy. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Macht das Plus weg. Und danke für die Likes. Und danke für die Likes. Und danke für die Likes. Vielen Dank.